Ich selbst bin Profi-Handballer und möchte gerne Sportjournalismus in Zukunft machen und dann habe ich Angebote sondiert und für mich ist die FH Wien, was den Journalismusbereich angeht, in Wien alternativlos, weil sie mir einfach ein Paket bietet, das niemand anderer in Wien bieten kann. Meine Erwartungen an das Studium waren vor allem einfach hier wirklich viel Erfahrung, wirklich viel Praxis sammeln zu können und das Handwerksjournalismus zu erlernen auf allen Ebenen und das wurde mir auch ermöglicht. Ich glaube, ein wesentlicher Beitrag eines jeden Studiums ist, dass die Studierenden lernen, kritisch zu reflektieren und ich glaube, das ist etwas, das speziell im Journalismus sehr wichtig ist und ich glaube, da haben sich in den letzten zwei Jahren alle Studierende aus meinem Jahrgang weiterentwickelt und können in Zukunft auf dieser Basis erfolgreich arbeiten. Mein Highlight des Studiums war das Euda-Projekt und wo der Florian Klenk uns die Aufgabe gestellt hat, eine journalistische Website zu erstellen und mit dem Start, schluss unserer ersten Sitzung im Euda-Projekt war klar, okay, wir befassen uns mit alten Menschen, ein Thema, das nicht unbedingt bei allen auf Anklaren gestoßen hat, aber es hat sich wirklich gut entwickelt und wir haben über Monate eine super Arbeit gemacht und das Highlight, glaube ich, war dann die Präsentation, wo man einfach gemerkt hat, okay, da haben wir wirklich ein cooles Thema, Ding gemacht, das wirklich für Präsenz in Österreich gesorgt hat und das haben wir dann auch gebührend gefeiert.